Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie Busse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtsloser, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle an einem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das war ein Befehl! Der andere Stein, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach genug! Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich setze Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Das konnte der Führer nicht im Ernst gesagt haben, dass er sich erschießen will! Was jetzt? Der Zeitpunkt ist da! Wir sollten das Spektakel beenden! Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar! Der Führer hat immer erklärt, wir kapitulieren nicht! An November 1918 wird sich nicht wiederholen! Niemals! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen! Tun Sie, was Sie wollen! Das waren exakt seine Worte! Keiner hier kann ihn ersetzen! Keiner! Der Führer ist der Führer! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen! Na prächtig! Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren! Das wäre niemals im Sinne des Führers! Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt! Sie wollen doch nur Ihren Kopf halten! Ich verbitte mir diesen Ton!